Canyon Roadshow 2013, ein ganz neues Format, um uns näher an euch, liebe Kunden, ranzubringen. Wir sind hier unterwegs mit 50 Testrädern, Rennrädern, Mountainbikes, wir bieten Touren an, ihr könnt mit uns Kaffee trinken, was zusammen essen, unsere Heroes kennenlernen. Super Idee, gefällt gut. Canyon Räder, es geht voll ab, Rock'n'Roll. Gut, super, dann lernst du viel.